Ja, hallo zusammen. Ich identifiziere mich mit der Vergangenheit. Vielleicht sieht man mir das auch an. Und zwar, die Vergangenheit hat für mich noch ein paar offene Baustellen. Wie das auch heute schon angedeutet wurde, die Geschichte ist leider in vielen Fällen gefälscht. Und deswegen heißt unser Lied auch Dunkelziffer. Damit beziehe ich mich auf verschiedenste Zahlen in den historischen Büchern, die einfach nachweislich nicht stimmen. Und das ist in sich eigentlich eine traurige Sache, vor allem wenn es um Opferzahlen geht, wenn es um Leute geht, die extrem gelitten haben und um Ungerechtigkeit. Und hier wird geschummelt. Und das hat Andreas Popp heute auch gesagt, der Sieger. Schreibt die Geschichte und verfälscht die entsprechend. Und von dem her muss man sagen, aber wir versuchen ein paar Fakten zu bringen in diesem Lied per Rap. Das ist meine Schwester Ruth Elpida. Sie wird heute rappen für uns. Und das sind natürlich traurige Themen. Dennoch möchte ich sagen, wir möchten nicht Trübsal blasen mit diesem Lied, sondern die Pointe des Liedes ist eigentlich da, wo wir singen. Wir schreiben neu die Geschichte der Zeit, weil Heilgeschichte immer nur der Sieger schreibt. Vom Gedanken her, und daran glauben wir ganz fest, die Gerechtigkeit wird siegen und die Gerechten mit ihr. Und deswegen wird auch die Geschichte ganz anders aussehen. Und das glauben wir alle. Und es ist ein großes Vorrecht, dass ich mit meiner Familie dieses Lied ja singen darf. Das ist gar nicht selbstverständlich. auch hier am selben Strick zu ziehen. Das ist ein mega Feeling. Und ich freue mich drauf, das Lied mit euch zu singen. Ich freue mich drauf, das Lied mit euch zu singen. Und ich freue mich drauf, das Kannst du die Stimmen hören, ohne sie hierauf zu beschwören? An Beinen aus der Unterwelt, ihr schreinenden Ohren gilt Jahrzehntelanger Wiederhall, von Schüssen, die dumpf aufbrähen Wie könnt ich schweigen, ignorieren, dass Dunkelziffern eure Gräber ziehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen, dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen Wir ziehen eure Leiden ans Licht, die Fälschung der Geschichte ins Gericht Wie viele Menschen verhungerten in der Ukraine und in Kasachstan Bei der staatlich bewusst herbeigeführten Hungersnot in den 30er Jahren Vier Millionen starben, so sagen die öffentlichen Zahlen Doch es waren sieben Millionen, ein Tod unter höllischen Koal Im Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Zivilbevölkerung bombardiert Sind daran 635 Tausend oder zig Millionen krepiert? Und 6 Millionen deutsche Nachkriegser, von nirgendwo registriert Von den Siegermächten zu Tode gehungert, ja exterminiert 1963 erlag John F. Kennedy dem Kreuzfeuer der CIA Seiner starben 35 Augenzeugen, als wär's ein Killer-Game Fünf Jahre später wiederholt sich das Spiel, the same again An Kennedys Bruder, ich frag nur, wie sinnlos musstet ihr gehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen Wir ziehen eure Leiden ans Licht Und die wahren Drahtzieher vor Gerücht Doch auch heute geschieht ein Massenmord Im Abend der Gesundheit des Komfort Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren Dazu braucht man nur noch Forscher zu schwiegen Gibt es wirklich keine Wissenschaftsstudien zur Schädlichkeit von Mobilfunk? In Wahrzeichen ist 34.861 Punkt Um Handy, Antennen, 4-fache Krebsrate, steigende Tendenz Nebst Fehlgeburt, die Erbgutschäden, Unfruchtbarkeit und Impotenz Wie viele Erkrankten an Autismus nach der Impfung endet er Allein in den USA 250.000 oder unüberschaubar mehr Warum starben im selben Land 14 Ärzte? Mysterius in 5 Wochen? Weil diese aktiven Impfgegner die Geschäfte der Pharma anfochten? Mysterius verstarb auch der Kinderhändler und Milliardär Edstein Denn ein toter Vogel singt nicht, die Untersuchenden durften nicht sein Um den Kinderhändlermann zu truf, starben 27 Augenzeugen Die hohe Dunkelziffer im Kindesmissbrauch ist nicht mehr zu neu Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen Dieses Traumrecht wollen wir nicht mehr übersehen Wir ziehen eure Leiden ans Licht Und die Bahre finanziert vor Gericht Nach Erpochen der Machtlosigkeit Haben wir uns von den Ketten befreit Schreiben neu die Geschichte der Zeit Bei Geschichte immer nur der Sieger schreibt Bei Geschichte immer nur der Sieger schreibt bei cottage La afflictlos Die hohe Dunkelziffer Die hohe Dunkelziffer Wieile Dination Bei sch anlatdecken Pixi Topj offset